So, dann sind wir wieder zurück bei Ghostwire Tokio, ich bin ein Führerbau. Wir hätten dieses Ding nie anfassen dürfen. Was ist mit dir passiert? Die Arbeiter hier verrecken wie die Fliegen. Es gab schon immer Gerüchte um diesen Ort. Aber der Boss wollte nie was davon hören. Ich hätte nie herkommen sollen. Klingt fast so, als hätten sie etwas gestörtes hier leben. Ja. Hey, der Orpher soll gefährlich sein. Wollte eigentlich kündigen. Dann kündige doch. Kommt, sonst ist das schon mal ledig, hier, ne? Ich sah den Geist des Gebietes, der dieses Land besitzt. Aha. Fass das Ding einfach nicht an. Oh, Mann. Wir sind nicht allein. Zeit aufzuhören. Oh, Mann. Als ob ich meine Stil. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. was bist du ein gedenkstein sie haben wohl versucht ihn zu zerstören muss ihn erzählt haben vielleicht sollten wir ihn beschwören und befragen hey meinst du das etwa ernst zerstören wir diesen stein los ernsthaft hat funktioniert mussten ihn nicht mehr zerstören sind wir in der zeit zurückgereist das sieht aus wie ein altes samurai einwesen hier kamen die gedenksteine her etwas schreckliches muss hier passiert sein so weit zurück so viel zu so viel auf einmal hier sitzen noch ein anderes hier sitzen noch ein anderes uns ist so laut klein hier sind wir zu uns fertig so werden wir ihn noch mit bitterer kurs Trennung von K.K. Okay, manche Besucher können Akio und K.K., die an Waffe angriffen, voneinander trennen. Sie sind getrennt, verliert Akio den Zugriff auf Kampffähigkeiten unter Antoinette wie eben. Okay. Hier drüben, jetzt hilft mir doch! Ja, wer noch dabei? Sorry. What the fuck? Was war's jetzt schon? Warum bin ich jetzt der Verräter? Wir wollen dich von deinem Schmerz erlösen. Ja. Zeig uns mal, K.K., wie das geht. Zack. Die Verbitterung über den Verrat hat ihn also zum Phantom gemacht? Ja. War wahrscheinlich jemand, dem er vertraute. Der Schmerz des Verrats hört nie auf. So viel ist sicher. Okay. Sehr hoffen. Sehr schade, dass ihr nicht von früher hier wart. So. Unser Gebieter findet endlich Frieden. Danke. Danke. So schön. So, was mit euch? Ihr zwei habt euch wirklich um das Gespenst gekümmert? Ich bin so froh, dass jetzt niemand mehr sterben muss. Ich bin so froh, dass jetzt niemand mehr sterben muss. So. Ach, hallo. So, haben wir einen Telefon? Angeblich.. Oh, ne. Ein Verkaufsautomat. So, wir gehen mal ab. Zack, zack. Woll. Zack. Okay. Ja, nochmal heilen. Ach so, heilen. Auf haben wir uns schon geheilt? Wurde ich geheilt? Ich glaube, ich wurde geheilt, aber okay. Oh, ja, okay, okay. Boah, jetzt spiegelt sie sogar in der Wand. Zack, zack. Kann ich wieder beide sammeln lassen? Komm, helf mir doch mehr von denen. Ja, ja, ist doch gut. Komm, helf mir doch mal. Das ist ein Schwenk. Oh, ja. Oh, ja, okay. 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 Angst hat... Er hat noch gereicht. Ah, nix mehr mit verstecken. Oh, ja. So. Kabumm, mach mal eins. Oh, hier ist diese Einkaufsstraße, glaube ich, ne? Äh, Mittag Shopping Hall, ne? Wissert. Cool. Ein bisschen Geld. Das kann auch nicht schaden. Das kann auch nicht schaden. So. Machen wir vielleicht noch ein bisschen Money. So, die Tür ist in meinem Zeitraum. Ist auch nur blau, ne? Scheiße. Und los. Und los. Und los! Dann spunk also. Kann die auch heilen? Also als hätte sie den einen Geist teilen, ne? Das ist eine neugrünnige Kugel Gibt's nur Automaten? 34 Figuren hier kann ich auch da machen Na komm Verdammt Okay Streng dich an Streng dich an Ja Deine Schabe, wow Man weiß nicht Kann ich das Ding leer machen oder was? Ja Reisen da Okay Streng dich an Was Gutes? Gut, okay Ich finde das irgendwas Das kriegen wir wohl Ich hab keine Ahnung, dass das kommt Sorg dich nicht um mich, Akito Okay Geh einfach Warum kriegt man in einem Kapsel Automaten die Schwester von ihm? Streng dich an Mhm Mh Mhm Okay Okay Uh, was ist das denn? Kann ich jetzt alle Figuren nochmal? Man weiß nicht Nein Ich bin an Nee Ich bin an K Okay Spreng dich an Dann okay Ich krieg' ich ja jetzt alle Typen oder was? Ich weiß nicht, wie ich glaube, was ich für ihn mache. Okay. Ein rechtblutiger Tänzer. Den Augen hab ich schon nicht gesehen. Oder? Ich freu mich. Mein Tanuki Schwanz. Cool. Was kann ich damit machen? Ein Motorrad. Juhu. Was ist das? Ich zieh da jetzt einfach durch, oder wie? Was Gutes? Schülerinnen Slides. Erwärmungsserver Leidverzeug. Au, wir können's sogar umdrehen. Uh, cool. Gar nicht gesehen. Ja. Regenschirmgei. Yukai. Ja, ja. Streng dich an. So. Das Grünes. Dale. Da war Dale. Da war Dale. Oh, ein Klischi. Oh, ein Klischi. So. Ach du, nein. Was kommt denn wir hatten? Ne? Mal sehen. Nun gefährlich. Folge meinen Befehlen. Ja. Folge meinen Befehlen. Wie sieht's aus? Auf jeden Fall sexy. Okay. Schüler des Müsaals. Also doch so'n, äh. Was kriegen wir wohl? Kiosktyp, der nun halt eben, ne? So'n Schüterjob. Schüler der Schöpfern. Ist klar. Was Gutes? Noch ein Oni. Yokai. Streng dich an. Oni ist ja der europäische Yokai. Also der europäische Jemann. Was ich habe. Yokai ist ja der japanische. Man weiß nie. Da hab ich bei ihnen ja schon gelandet. So. Warte, das ist keine Mädchen. Okay. Sind ja bald durch. Oder hat den leer gekauft. Noch ein Kätzchen. Okay. Will ich wissen, wie viele Figuren es in Wirklichkeit gibt? Ich glaube nicht. Oder? Doch, da. Bauwächsloser Läufer. So. Zack. Schöne Slides. Bei manchen gibt's elfmal. Was kriegen wir wohl? Wenn ich möchte, sind dann wahrscheinlich so... 15 Kaps Automaten verteilt oder so. Streng dich an. Kann es denn Doppelte geben für uns? Was Gutes? Erika. Wie eine Katze. Wie eine Katze. Jetzt haben wir die ganze Reihe. Äh. Naja. So dank ich. Gut. Kapsel Automaten ist leer. Äh. Datenbank. Tutorials. Tutorials. Was darum, ne? Gab's Leute mal an... Figuren lassen sich den Fotomodus verwenden. Achso. So. Da muss ich das alles auch haben für den Fotomodus dann oder wie? Das wäre echt ätzend. So. Unterlagen. So. So. Erika. Anjas Tochter. So. Die hat sich auch in den Dämonen verwandelt gehabt. Diesen Fuchsschweiftypen da. Äh. Auch noch Gürkchen stimmt. Ist noch Gürkchen auf jeden Fall. Besselgegenstände Blaustellen. Ach komm da. Ja. Makita hat irgendwann diesen Satz an blauen Stein gefunden. Bei den genauen Betrachtungen sieht es aus, als würde er im Inneren leuchten. Er scheint keinen Leih natürlichen Ursprung zu haben, aber er sieht auch nicht so aus, als wäre industriell er verarbeitet worden. Bei Schütteln gibt er ein Rasteln von sich. Es soll ja Steine geben, die ja besondere Kräfte am Ende wohnen. Es schadet es also bestimmt nicht, ihn erstmal zu behalten. Okay. Und hier noch ein paar Wahrzeichen. So, ich muss uns das annehmen. Meine Laune ist im Keller. Ich habe seit zwei Tagen nicht geschlafen. Der Zustand meiner Frau... Ich geh auch ohne dich dorthin. Erika, warte! Also, ich... Ihr seid. Ihr habt euch... Ihr seid. So... Relikte haben wir hier noch gefunden, ne? Die Liste ist ewig lang. Okay, haben wir das geschafft. Auf Foto-Modus dachten sie, ne? Foto-Modus. Sorg dich. Nein. Sorg dich nicht um mich, Aki. Nein. Ich... Ich bin gefangen. Wie eine Katze. Schau, ich zoomen, oder so? schon okay, ich kann einfach so hier nichts tun, okay zeit also ich kann sogar die tageszeit einstellen was ist eigentlich immer noch dann wird das so pixellig muss ich aber nicht weiter bewegen was ist das denn, okay da gibt es auch noch eine kette muss ich das mal aufheben so, dann machen wir tanuki okay, jetzt können wir die ganze zeit ja anblenden und hin okay, hier haben wir noch ein kätzchen ach, der tanuki, okay etwas auf unserer seite schau mal, sind der gegner dann geben wir das mal mit Fick drauf und gute Arbeit wenn ich euch beide so beobachte erinnert mich das an Erika mit ihren streunenden Katzen hey, ich bin doch keine Katze ich meine nur, dass ich da ähnliche Verhaltensmuster erkenne das ist ja natürlich okay so keine 60.000 mehr, wuhu wir sind ja fertig bin ich da danke schön, ich bin ich da auch mehr Gegner Hilfe so so ja, das Spiel ist dann vorbei ja hab dich gekriegt so, noch mal ein bisschen Muni die Geister nehmen wir mit auf jeden Fall jetzt ist mir unsere Urkunde also so das war ein Bäumchen soll ich gucken ne Bäumchen sind drin ein Karakasa Koso schön leise schnell und so schön das ist gut der Waffer zack zack sehr schön sehr schön dann können wir jetzt fertig gehalten zack zack den Magatama für ausgeben und den ernen so, wir sind jetzt schon mal fertig hier sind wir eigentlich auch fertig würde ich behaupten und sogar der oder sogar hat er aber sofort R2 gedrückt nachdem du einen Schuss der E-Technik abgefeuert hast ist dann das sofort aufzuladen kann ich jetzt besser gehen ne und dann müssen wir heute die ganze Seite hier noch skillen also die hier das ist wieder was anderes das auslöschen aus der Luft yo das weichen drücke mit L3 und drücken mach ich jetzt reiche ich jetzt aus ach du mal nöte das ploppen Konto äh praktisch äh äh vielleicht mal das hier was wir hier haben das äh 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 Vorsicht äh 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 ä ä ä Ah, der hat gesessen. Jetzt bin ich wach. Das ist ja komische Fenster drin. Das ist ja komisch. Gernot. Angesplossen. So schlimm ist es nicht. Ich bin voll müde. Kannst du mal kaputt gehen. Du bist verletzt. Geht's? Ich werde es überleben. Alter, ich bin sehr nervig. Alter Schöne, das ist sehr nervig. Uff. Dafür ist die Belohnung mir auch sehr gut, glaube ich. Da hätte ich gar nichts mitbekommen. Okay. Ist noch einer. Das Tor. So. Zack. Proviantkette. Stufe 3, reicht. So. Dann gehen wir hier drum. Und dann ist halt mal eine Insel-Statue. Ich könnte das mal aus so einem Flackern. sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Neues. Neues. Neue Nebenquest. Das ist die Insel-Statthausen. Da haben wir jetzt hier auch schicke gemacht. zu. Gehen wir hier hin, weil da ist auch noch ein Gegenstand. in der Insel-Stat. Ja. Dann haben wir ja noch. Ja, ja. das sieht übel aus meinst du die leute darin werden zu überstehen das können wir nur ein altes kaufhaus voll old school in solchen kaufhäusern erledige ich meine einkauf der tapper könnte das etwas mit unserem kumpel zu tun haben möglich sehen wir uns diesen ort genauer wir haben fußabdrücke aber ich spüre nichts was glaubst du wohin sie führen finden wir es raus so 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 So. Oh. Werden schon mal beobachtet. Dann mal ab nach oben. Dann gehen wir mal nach oben, ne? So. Okay, wo geht's hin? Wird doch schon eine Falle sein oder so. Aber ich höre schon. Ne Art Eingang. Meinst du, da kann man einfach rein gehen? Müssen wir. Folge dem Tapper. Los. So müssen wir treten. Und da sind wir völlig orientierungslos in... ...was auch immer das ist. Labyrinth ist das richtige Wort. Wo müssen wir lang? Der Tapper scheint weiter gegangen zu sein. Schätze, wir müssen gleich. Mhm. Mhm. Ja, das wird keine Ahnung. Wo gehen wir hin? In the ship. Ja. 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 Ob dieser Aufzug noch funktioniert? Hallo? Bin ich jetzt mal gespannt. Ja. 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 Ja, ja. Vielleicht können wir über diese Plattform gehen. Na, ich muss drinnen. Okay. Ein Glas. Weg, okay. Passant. Da muss doch ein Glas sich hier. Da nicht. Dieser Junge sieht wie eine Hülle aus. Der Tapper muss was mit ihm zu tun haben. Wir müssen die Verderbnis reinigen, bevor wir weiter können. Ja, wo ist das auch hergekommen? Okay. 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 Das war's jetzt. Oh, schauen wir schon. Danke. Dieser Riss hätte auch nicht reinziehen können. Ja, ist ja nett von dir, dass du mich nicht allein gelassen hast. Deine Sorge um mich ist rührend. Zack. So. 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 Was passiert. So. 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 So, zurück in den Kampf. Wo kommen die her? War noch gerade noch nicht da, oder? Mach ich das noch. Dann dann wieder noch mit. Das hat doch niemand gesagt, das ist leicht für du, oder? Leider. So, da, 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 da. So. Mal hier. Ich hab auch noch kein Gürbchen. Ich mach mal in den Shop. Ist der dann wohl schon warm? Ich mach mal, das war hier noch sehr entspannt eigentlich. Ach hier. Wieder Würfel, okay. Ich hab' da schon nur rum hier. Ja, aber... Wer enden die das jetzt? Leiner, du hast das echt drauf. Ach. Zack. Was ist das? Das geht doch eigentlich ganz gut. Das war sehr simpel. Das war echt sehr simpel. War gut, nehm ich gerne an. So, wir wollen, wir wollen. Boom. Zack. So. Und hier mal runter. So. Kack. Das ist mein Sammel. Das ist der Effekt einfach. Okay. Wo wollen wir denn hin? Ich glaube ich geh als nächstes zu der Kat... Oh ne, ich wollte eigentlich hier hin. Und dann das da machen. Dann haben wir schon... Nächstes... Na? 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 Da sind die nächsten Geister... Wie ich rief... So. So. Da muss auch immer noch ein Gegenstand liegen. Ich muss es mal hin zur Stadt. Und da... Nehmen den Gegenstand. Suchen wir weiter. Okay. Hallo. 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 Da ist unser Kamaltachi. Das bemerkt uns anscheinend nicht mal. Und jetzt los. Hinterher bis es anhält. So. Dann müssen wir einfach noch folgen. Und... Wollen wir einfach nur dem hinterherlaufen? Nein. Es wird stehen geblieben. Und... Meins. Was? Die Yokai haben es dir wohl langsam auch angetan. Ach. So... Würde ich das nicht sagen. Oh. Was ist das? Marimo. Ah, dieses äh... Siehst du das? Okay. Da ist uns zum Graffiti. Hey. Ach du Scheiße. Sechs... Müssen wir alle Graffitis finden? Oh, das war ja eine Katastrophe. Update fahrender Spinner. Da siehst du mal. Da können wir mal das sogar bekommen. Schließe den Modus von Spinner ab. Schließe alle Aufträge. Okay. Neue Tal. Neue Talsmana. Neue Geisterkräfte. Oh, das hat auch alle neuen Tori. Okay. So, hier. Das wahrscheinlich ne. Schließe das Spiel ab. Ja. 100% der Geister, und das müssen wir machen, bevor wir die Hauptstory abgeschlossen haben, ne? Alanesen, Update, halt ausgenommen. Das haben sie auch jetzt aktualisiert, Schattelgeister, Kräfte frei, Entecker, alle Wahrzeichen, Teil Sprachaufnahmen, mindestens 40 Magatama, verschiedene. Ne, ich kann auch dasselbe halten. Alanesen, Tanuki, Speisen, Getränke, alte Besiegstücke, jawohl, halt alle Gegenstände aus dem Outfit-Menü, jawohl, halt alle Gebetsbärten. Alles klar, was haben wir hier? Jetzt hier ein Daikoi. Besiege mindestens jeden Typen auf einen Besucher. Okay, wenn wir besiegen, kommen 200 Besucher mit schnellen Auslöschung. Das ist ja manchmal 200. Besiege 50 mit feinem Bogen, das ist so. Wir kriegen einen Kopfschuss. Wir kriegen Besiege einen Besucher mit einem Kopfschuss aus einer Distanz von 25 Metern. Besiege insgesamt 10 mit einem Betäubungstasmotoppte Besucher. Wir machen die Decke mit Hilfe deines Dickichtstasmotoppte Besucher. Besiege 10 Besucher, indem du ihre Kerne mit Hilfe wachst. So, jetzt kommen wir rein. Bringe dich ins Camp 10 Mal, nein, klein mit K, ja. Aber schon 2 Mal. Ein paar A, muss noch 10 Sekunden Luft bleiben, okay. Alles klar. So, also nix Graffiti sammeln scheinbar. Und dann ist hier auch noch was. Was ist das? Kackwurst. Eine seltsame Schlange ähnliches Wesen mit einem großen, wülstigen Körper, dessen Exzenz noch nicht bewiesen wurde. Einfach ne dicke fette Schlange. Ist das nicht hier mit dem Drachen gewesen, der Ort? Ja, ne? Ja, und da ist der Tempel, genau. Läuft nochmal so ne Schere im Troller rum. Okay, hier. Dann kreisen wir den Schneid ein. Dann haben wir ein paar Zeichen, äh Relikte. So. Was ist da? Ausgestopfte Krähe. Nix. Und die Krähe bestimmt gerne. Okay. Das ist ein dicker Fisch. Wir wissen was. Wir wissen was. Ist ja doof, ne? Was ist das? Was ist das? Das ist ja du. Wie habe ich euchILder? Da ist die Krähe. Passt! Und das macht mich. Okay. Geht's dir gut? Kümmer dich um dich selbst. Hat sich offenbar ausgepowert. Geht's dir gut? Hey, 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 hey. Geht's dir gut? kann man ihm ja Hey, ist der nervig, geil. Der hält auch noch viel aus, ne? Ah, jetzt ist er wieder ein Sturm. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge. Ja, ich würde gerne... ...blättern, danke. Okay. Okay. Wo haben wir das hier? Hopp. Fängt jetzt so hin aufs Dach aus, oder nicht? Oh. Oh. Ich kann auch den weg. Noch ein paar Punkte. Das ist schon. Das ist schon. Bitte. Oh. Kann ich schreien. Na ja. Da finde ich gut, dass das auch wenigstens so in Gebieten was zeigt. Das finde ich echt sehr gut. Also muss da nicht immer alle Gebiete absuchen, also Gebäude, also Häuser. Ich hoffe, dass du dann das Richtige findest. Das finde ich ganz cool. Weil du einfach so in Ruhe reingehen kannst. Weil du einfach so in Ruhe reingehen kannst. Ich würde sagen... Oh. Danke dafür. Ich vermute mal da ran. Und dann... Oh, hier sind einige Geister noch. Ich bin froh, dass wir sie retten konnten. Ich bin froh, dass wir sie retten konnten. Und nun also das noch. Erstmal irgendwie hin. Die Sprache mitgenommen. Schön. Ich bin froh, dass wir das noch mal haben. Nee, schon mal nicht. Okay. Was ist da mit da hier rein? Okay, jetzt einmal das ist mal wo wir in die Bannen. Okay, die sind beim Kacken gestorben. Tut mir leid für die. Die Leute sollten wieder ihrem Leben nachgehen. Ich will die Tür aufmachen. So. Ein blauer Stein. Der muss für was gut sein. Wie schön, ne? Haben wir jetzt inzwischen genug gefunden? Zwei Stück. So. Haben wir jetzt in die Rekke? Okay. Zielstrebig. Quatsch. So, wie viel Geld haben wir jetzt inzwischen? 69.000. Schauen wir noch nicht, wo ich denn muss. Da ist echt ne Katze. Bin ich gut. Ich muss mal shoppen gehen. Ich hab ja scheinbar keine... Äh, scheinbar keine Gurken mehr. Doch, hab ich da noch. Zwei Stück. Na, ich kaufe trotzdem mal welche. Na, davon auch nochmal ein paar. Hab ich auf Lager. Hunde, Futter, was genug. So. Ja. Oh, die sind günstiger geworden, glaub ich, ne? Kosten noch 300. Äh, so. Köder. Oh, kann man hier schaffen. Voll. So, ich hab alles. So, ich hab alles. So, ich hab alles. So, ich hab alles. Ne? What the fuck? so ja